Hallo und herzlich willkommen von Rocket League Top Video, wir gucken mal rein, was heute noch gibt's los, geht's? So... So, mal gucken wir mal, was wir haben. Hier oben haben wir immer noch die Qualimation für Fike und Rocket League Coins. Gern haben wir immer noch Gier Auge für 700 Rocket League Coins. So, weiter geht's. Gern haben wir Giga Auge Reifen für Geihunger Rocket League Coins. Neu bekommen im täglichen Bereich. Gern haben wir neu bekommen, jetzt was hinten noch ein Auge kommt, für 4 Hunger Rocket League Coins. Gern haben wir noch Giga Auge Reifen für Geihunger Rocket League Coins. Gern haben wir natürlich noch Giga Auge für 4 Hunger Rocket League Coins. Gern haben wir natürlich Giga Lackierung. Gern haben wir hier random go包 len. Haben wir choose Giga Auge, dabei richten… Und dann haben wir natürlich noch… Gernath sagt Ok im TARney Pocket League Coins. Ja, was that was, was das Shit people reincarnate athlete athlete? Hier haben wir das Paket noch. Oh. Ja, ja, ja. Ja, kijk mal, mein Rockett, ich hab Video-Gang versuchang. Und bis zum nächsten Mal, lieber Rockett, ich folge.